Beim ersten Update. Wieder ein Wanderungsvlog. Servus, wir melden uns von Stockera. Nachdem wir dreimal umgewächelt haben. Alter, RIP. RIP Bro. RIP Roach. Bam 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 Bam. Update. Abdelaz. Abdelaz. Ich weiß nicht wo wir hingehen, aber ist egal. Wir gehen irgendwo hin. Wird sicher lustig. So, das war vor allem vielleicht ein bisschen wenig Kontext. Später, wir sind in Stockera. 12.30 Uhr war Treffpunkt Meidling. Markus war wieder zu spät. Und wir haben keinen Plan, wo wir eigentlich hinwollten. Zuerst haben wir gesagt, Korn Neuburg. Dann haben wir aber gemeint, da gibt es nichts. Dann Kloster Neuburg, aber das wir wieder eine Stunde noch weiter fahren. Und jetzt sind wir Stockera. Station nach Korn Neuburg. Und gehen hier aber auch ohne Plan irgendwo einfach durch den Wald. In den Auen. Bisschen Vietnam Action hier. Wo ist der Typ? Hier ist der kleine Mann. Was? Hier. Ja, da. Da. Da ist der Leise. so die sucht nach dem weg darüber aber der fluss ist viel zu weit ich gehe nicht durch die brennitzeln kurze hose lifestyle so mittlerweile haben wir eine kleine snack pause hinter uns und haben uns jetzt auf dem ziel vorgenommen wo wir gleich in den fünf minuten also sehbehindert aber egal kleiner teich jetzt sind wir überqueren wir endlich den fluss könnte man den mogli machen aber ja ich sehe schön da ich gehe wieder zehn meter 30 meter vorne weil ich das nicht aushalt was die typen labern einfach jaxen ich glaube was man ich da das ja 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 Die Kugel-Kurbel Die Kugel-Kurbel Die Kugel-Kurbel Die Kugel-Kurbel So, wir waren jetzt uns abkühlen. Alex und ich zumindest Adrian die Füße, Markus nix Ich hab Kitten angeschaut Ur Wichser Egal, war stabil Sehr stabil, stabil, stabil Jetzt gehts zum See Oh no Wo ist dies? Wo ist dies? Scheiß, Digga Wir können einfach rüber L Würde ich sagen Ja, wir könnten Einfach Oh, bist du behindert? Ja ok, das ist Privatgrund Ok Bist du depp? Das ist geil Holy shit In Amerika könnten wir jetzt erschossen werden Second Amendment Second Amendment Bist du behindert? No Fischern I'm coming boy No Fisch Tschüss Boah, schau da drüben 12 Fische Da vorne Oh, hat die Wurfett Holt die Wurflos Alex, die Wurflos Der Don Egal Da ist wer Heide, geh ma Wir sind gerade ein bisschen unentschieden Wie es weiter geht Wir sind mittlerweile neben der Autobahn Und versuchen rauszufinden Welcher Schnellere Weg ist Jeder Weg sagt durch Aber wer hat seine Bus mit? Naaah, safe Zuuu 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 Naja, wir sehen uns irgendwann später Zuuu Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft Wir haben es geschafft Shoutout Chief Keef Shoutout Chief Keef For the vocabulary Aber ich fühle mich, dass ich alles kurz hätte entlassen haben Jetzt ist keiner oben Egal Wie war es da jetzt? Halt 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 War stabil Sehr glattig Und Sehr angenehm Besser als ich gedacht hab Dank Dem Fluss Das war krass Jetzt gehen wir Stockerau Hauptstraße entlang Nachdem wir uns bei Meki gestärkt haben Zwei Ähm Ja Ja Wir gehen noch 30 Minuten Zum Bahnhof Hoffentlich kommt dann bald der Zug Aber ich glaube Stockerau ist sehr gut angebunden Jo Was.de So, mittlerweile wieder in Leasing und fast zu Hause 1859 Um 10 nach 12 habe ich das Haus verlassen Fast 7 Stunden unterwegs, nicht schlecht Fazit Heute Heute Wanderung War eben Besser als erwartet Auf jeden Fall Am Anfang war ich eher pisst Aber bin ich immer bei so spontanen Sachen Ich check selber nicht Dann habe ich immer Wohl viel Spaß Baa 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 Baa